Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Moin und Willkommen zum neuen Fahrvideo hier auf meinem Kanal. Heute präsentieren wir euch den Steuerwagen BNRDZF 463, seht ihr das auch gerade, von Brava. Mit einem Eilzug, vorgespannt mit einer Baureihe 216 von ESU. Viel Spaß mit dem Video, Like und Ab nicht vergessen. Ciao. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.